Das heutige Horoskop Wassermann, 10. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Wenn der Mond in Ihr Solarhaus einzieht, könnte es für Sie von Vorteil sein, sich etwas persönlichen Raum zu gönnen, um sich auf Ihre innere Welt einzustimmen. Das Energieniveau ist möglicherweise vorübergehend nicht hoch, aber ein sanfteres Tempo kann zu dieser Zeit des Mondmonats gut für Sie sein. Dennoch nimmt Ihr Wunsch, produktiv zu sein, im Laufe des Tages tendenziell zu. Sonne und Pluto harmonieren miteinander und ermutigen und motivieren Sie zu tiefgreifenden Verbesserungen und Veränderungen statt zu schnellen oder oberflächlichen Lösungen, die hauptsächlich das Privatleben, die Familie, Partnerschaften oder Ihre innere Welt betreffen. Möglicherweise ändern Sie Ihre Perspektive auf eine Angelegenheit und es fühlt sich stärkend oder erleichternd an. Es kann sich um lohnende Familienbeziehungen oder eine Änderung des Lebensstils handeln, die sich richtig anfühlt. Eine tiefere Verbindung zu jemandem kann jetzt eine wichtige Rolle spielen. Geh da raus! Andernfalls werden Sie es wahrscheinlich bereuen, Ihre Freunde um einen Regenscheck gebeten zu haben. Dies gilt insbesondere, wenn man den Monddurchgang durch den abenteuerlichen Krebs und ihr elftes Haus der Gemeinschaft, Gesellschaft und des Zubehörigkeitsgefühls zur Welt betrachtet, aber es gibt noch mehr. Der beste Teil? Luna wird über ihr drittes Haus in unmittelbarer Umgebung mit dem glücklichen Jupiter in Harmonie sein. Ob persönlich oder per SMS, spontane Begegnungen und spannende Gelegenheiten zur Kontaktaufnahme sind also wahrscheinlich. Venus fasziniert auch Ihren inneren Kreis, also haben Sie keine Angst, Ihr Glück auf die Probe zu stellen. Mit wem können Sie reden? Der Stress der Sonnenfinsternis ist nun endlich vorbei, da der Mond im feurigen Krebszustand ist. Ihr Wunsch, Kontakte zu knüpfen und zu kommunizieren, wird durch das Mondfall geweckt und ermutigt Sie, mit allen Menschen in Ihrem beruflichen Netzwerk zu sprechen. Sprechen Sie offen und laut über Ihre Wünsche, Träume und Erfolge. Ermutigen Sie Ihre Kollegen, Ihren Weg mit inspirierter Hoffnung zu gehen. Nutzen Sie die Mondenergie, um Ihr Netzwerk und Ihre Ziele mit fröhlichem Geist zu erweitern. Durch Ihre Kontakte und die Verwirklichung Ihrer beruflichen Träume werden Sie Fülle anziehen. Ein männlicher Freund könnte Ihnen Menschen aus dem Ausland oder Menschen vorstellen, die viel gereist sind. Möglicherweise verfügen Sie über wertvolle Informationen, die Sie später zu Ihrem Vorteil nutzen können. Diese Informationen könnten sich auch als nützlich für die Fertigstellung alter Projekte erweisen, die auf Ihre Fertigstellung warten. Ihr Blick fürs Detail ist besonders ausgeprägt. Machen Sie sich Notizen zu Fakten, die interessant erscheinen, auch wenn sie im Moment nicht anwendbar sind. Sie werden sie später gut gebrauchen. Dank Ihrer lockeren und offenen Art laufen private Angelegenheiten reibungslos. Es warten keine bösen Überraschungen mehr auf Sie und Sie haben die Chance, endlich ein altes Missverständnis auszuwäumen. Sie sind offensichtlich ein guter Zuhörer und geben Ihrer Familie und Ihren Freunden das Gefühl, auf einer Wellenlänge zu sein. Was verpassen Sie? Der heutige Tag ist perfekt, um Geheimnissen auf den Grund zu gehen oder herauszufinden, ob Ihre Freunde Sie zurückhalten. Schauen Sie unter die Oberfläche. Wohin Sie auch gehen, die Menschen freuen sich, Sie zu sehen. Ihre Ausgeglichenheit und Ihr Selbstvertrauen in Herzensangelegenheiten öffnen Ihnen Türen und machen Sie zu einem interessanten Angebot, wann immer Sie auf den Plan treten. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Verfügbarkeit optimal nutzen und Ihre Bereitschaft, Interesse an anderen zu zeigen, voll ausschöpfen. Passen Sie auf, dass Sie heute nicht den Fuß in den Mund nehmen. Möglicherweise neigen Sie dazu, voreilig vorzugehen. Seien Sie sich also bewusst, wie Sie Ihre Energie nutzen. Ein Fehlstart kann zur Disqualifikation führen. Orientieren Sie sich an Ihrer Umgebung, bevor Sie größere Wellen im Teich erzeugen. Es ist wichtig, dass Sie am Tag, bevor Sie etwas unternehmen, eine gute Ausgangslage haben. Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie heute das Gefühl haben, zu Hause zu bleiben. Dies ist häufig der Fall, wenn die Luft vibriert. Möglicherweise stellen Sie fest, dass auch Ihre Liebe und Wertschätzung für die Familie erheblich gestärkt wird. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihnen mitzuteilen, wie Sie sich fühlen. Möglicherweise stellen Sie auch fest, dass Sie sich mit kleinen Renovierungs- oder Reparaturarbeiten beschäftigen. Hab es drauf! Sie werden am Ende des Tages zufrieden sein, wenn Sie Ihrem Herzen folgen und das tun, was sich am besten anfühlt. Täglicher Planetenüberblick Heute gleitet Venus anmutig in das Zeichen der Jungfrau und wirft ein anspruchsvolles Licht auf unsere Beziehungen und die Entscheidungen, die wir treffen, wenn es um Herzensangelegenheiten geht. Unter diesem kosmischen Einfluss werden unsere Entscheidungen eher von der Vernunft als von reinen Emotionen geleitet. Wir werden feststellen, dass wir unsere Verbindungen akribisch definieren und über Verpflichtungen nachdenken, die unsere Zukunft prägen. Unterdessen entfaltet sich das himmlische Drama, während der in der Waage positionierte Mars einen quadratischen Aspekt mit dem rückläufigen Pluto im Steinbock eingeht. Diese himmlische Pazituation bietet uns die Chance, für unsere Wünsche einzustehen und unsere Willenskraft durchzusetzen. Allerdings ist Vorsicht geboten, da die Atmosphäre den ganzen Tag über voller Spannungen ist. Vermeiden Sie hitzige Auseinandersetzungen, denn diese könnten schnell außer Kontrolle geraten. Wir verarbeiten immer noch die Ereignisse und Emotionen, die gestern an die Oberfläche kamen, was die harmonische himmlische Energie von heute umso mehr wertschätzt. Widerstehen Sie der Versuchung, sich in Konflikte mit anderen hineinziehen zu lassen. Nehmen Sie sich stattdessen vom Drama zurück und gönnen Sie sich etwas wohlverdiente Selbstfürsorge und Selbstliebe. Und die gute Stimmung endet hier nicht, stellen Sie sich vor, Sie würden eine warme, tröstende Umarmung erhalten oder sich in eine kuschelige Decke hüllen. Dies ist ein günstiger Zeitpunkt, um neue Träume zu verwirklichen oder Pläne für die Pflege Ihrer besonderen Beziehungen zu entwerfen. Der Kontakt zu Ihren Lieben wird ganz natürlich und mit viel Zärtlichkeit entstehen. Wenn Sie normalerweise ein Nachtschwärmer sind, der die Einsamkeit genießt, werden Sie heute einen Sinneswandel erleben. Da der Mond ein harmonisches Treigen mit Venus bildet, kann der Wunsch, mit anderen zusammen zu sein und Kontakte zu knüpfen, allumfassend werden. Diese soziale Neigung bleibt den ganzen Tag über bestehen und macht Sie in Ihren Interaktionen großzügiger, aufmerksamer und fesselnder. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um einen Gefallen zu bitten oder eine Präsentation zu halten, denn Ihre soziale Anmut strahlt. Diese geselligen Tendenzen bleiben dank eines Saturn-Mond-Sextils bis in die Nacht bestehen und sorgen für ein reizvolles Gleichgewicht aus Intrige und Entspannung. Während sich viele ins Bett zurückziehen, steht der Mond im Quadrat zu Neptun und bringt einen Hauch von Verwirrung und Abenteuer in den Abend. Erwarten Sie lebhafte Träume, aber verweilen Sie während dieses astrologischen Ereignisses nicht zu sehr bei Ihnen. Wenn eine überaktive Fantasie Ihren Schlaf behindert, suchen Sie Trost in einem Buch oder Musik, um Ihren Geist abzulenken. Ihre erhöhte Sensibilität kann die Wirkung wilder Ideen verstärken. Seien Sie also vorsichtig bei potenziell verletzenden Gedanken, da diese doppelt schmerzen könnten. Himmel für heute Anstatt unseren Ängsten auszuweichen, stellen wir uns ihnen direkt, navigieren mutig durch die trüben Tiefen unserer inneren Psyche und durchforsten das emotionale Durcheinander, das unseren Fortschritt stagniert. Während viele von uns an diesem Punkt schlummern, entfaltet sich dieses therapeutische Aufräumen im Reich unserer Träume, während wir die labyrinthischen Korridore unseres Unterbewusstseins erkunden. Nach dem Höhepunkt dieses himmlischen Einflusses versinkt der Mond anmutig in einer kurzen Leere, die sich über etwas mehr als zwei Stunden erstreckt. Während dieser Pause empfiehlt es sich, introspektiv zu bleiben und sich nicht auf neue Unternehmungen einzulassen. In den nächsten zwei Tagen verlagert sich unser Fokus auf den größeren Rahmen unseres Lebens. Unser emotionales Gleichgewicht hängt von der Freiheit ab, die wir bei der Gestaltung unseres Weges in die Zukunft wahrnehmen. Optimismus ist in dieser Zeit sowohl unser größtes Kapital als auch die potenzielle Gefahr. Wir müssen uns unbedingt darüber im Klaren sein, dass unsere Begeisterung für das, was vor uns liegt, gelegentlich dazu führen kann, dass wir die Feinheiten, Termine oder alltäglichen Aufgaben übersehen, die für die Erfüllung unserer übergeordneten Mission unerlässlich sind. Die Kunst, mit anderen in Kontakt zu treten, nimmt eine bemerkenswert organische Qualität an, da unsere Einstellungen mit natürlicher Leichtigkeit fließen. Unser Zustand der entspannten Kameradschaft ist so groß, dass Konzepte wie Verrat und Böswilligkeit weit entfernte Themen sind und durch Interaktionen ersetzt werden, die von Dankbarkeit, Positivität und einer Sentimentalität geprägt sind, die ins Zuckerlische tendiert. Indem wir anerkennen, dass Verletzlichkeit als Brücke zu tieferen Bereichen des Vertrauens und der Intimität dient, drücken wir unsere Wertschätzung für jene standhaften Menschen aus, die uns in herausfordernden Zeiten und Vertrauenskrisen zur Seite gestanden haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017